Lieder live, wunderbar. So, jetzt wieder live mit der Ute Ullrich, einer wundervollen Songschreiberin. Du schreibst die Lieder auch selbst? Ja. Deine Songs? Ja, sonst könnten sie nicht so artig sein. Ich kann natürlich singen, was ich selbst fühle. Ja, genau. Ja, selbst komponiert. Ich habe hier wundervolle Musiker, die mich begleitet haben, auf dieser, oder weiterhin begleiten. Und ja, die zweite CD ist jetzt gerade fertig geworden, Herzkraft, weil es ist Zeit, mal raus aus dem Kopf und rein ins Herz zu kommen. Da sind auch alle Gefühle. Und ja, der Kopf will immer die Gefühle wegmachen, aber um die Gefühle geht es gerade. Wer alle Gefühle in den Armen nehmen kann, egal wie die sich anfühlen, der ist Klarenvorteil. Und man kann es auch lernen. Ich mache unser Video weg, damit deine Qualität besser ist. So, okay. Liebe Ute, dann freuen wir uns auf deine Power und auf deinen schönen Song. Ja, ich werde mal die Mondfrau zuerst machen, weil, ja, obwohl ich auch die Männer gerne ansprechen möchte, dieses Lied ist jetzt im ersten Moment, ist auch für die Kriegerin, die Frau, das zu erwecken. Ich mache das ohne Mikrofon, ich lasse nur im Hintergrund ein bisschen Musik mitlaufen. Okay, wunderschön. Könnt ihr was hören? Ja. Ja. Du bist die Mondfrau, meine Schwester, wirbst deinen Faden und vernetzt. Wir sind verbunden, meine Schwester, und unsere Wurzeln tief gesetzt. Du bist die Mondfrau, meine Schwester, wirbst deinen Faden und vernetzt. Wir sind verbunden, meine Schwester, und unsere Wurzeln tief gesetzt. Im Tanz der Erde nimmst du Platz, erinnert sich dein wahres Sein. In deine Herzkraft, haupt sie ihren Atem dir ein. Oh, du bist die Mondfrau, meine Schwester, wirbst deinen Faden und vernetzt. Wir sind verbunden, meine Schwester, und unsere Wurzeln tief gesetzt. Im Schoße birgst du wahre Kraft, Verwandlung jetzt und ewig eins. Du sammelst Wissen und Erleben, Rubinrot schließt sich dein Geist auf. Gehst du den Weg in wahrer Weiblichkeit? Dein Lied verzaubert und verbindet, getragen, geerdet, bereit. Oh, du bist die Mondfrau, meine Schwester, webst deinen Faden und vernetzt. Wir sind verbunden, meine Schwester, und unsere Wurzeln tief gesetzt. Oh, du bist die Mondfrau, meine Schwester, webst deinen Faden und vernetzt. Wir sind verbunden, meine Schwester, und unsere Wurzeln tief gesetzt. Oh, du bist die Mondfrau, meine Schwester, webst deinen Faden und vernetzt. Wir sind verbunden, meine Schwester und unsere Wurzeln tief gesetzt. Ich hoffe, es hat ein bisschen Power rübergekommen. Oh, und wie, und wie, da kann man auch nicht still sitzen. Oh, so schön. Oh, das ist ja ein passenderer Start, hätte ich mir nicht besser vorstellen können. Das ist ja so stimmig. Ja, das erste Mal, dass ich das Lied jetzt auch vollständig gehört habe. Wow, so schön, schreibt auch Rara. Oh, wunderschön. Was ist ja ein Geschenk. Ja, gerne. Der Frauenkongress, die hatten mich damals inspiriert, als ich beim Frauenkongress war, wo es viel um Schlussarbeit geht, mit Marjona Bliss und der Tatjana Bach. Und da kam die Idee auf, auch dieses Lied zu schreiben, die Mondfrau. Weil wir jetzt gerade alles so vernetzen. Und dass ihr uns auch diese Möglichkeit heute gebt, ihr beiden, vielen Dank, dass ich auch hier meinen Beitrag leisten kann. Ich freue mich ganz arg, dass ich bei euch bin. Schön. Du hattest auch noch den Impuls, aber da ich dann soll jetzt noch Zeit haben, auch das Lied noch vorbereitet, sozusagen, dass sich die Männer jetzt nicht ausgeschnitten, entschlossen fühlen. Hattest du noch einen Impuls für den zweiten Song, wenn du möchtest? Ja. Oh ja. Dieses Lied, das habe ich ja gerade jetzt am Wochenende nach den Days of Love mit 150 Menschen gesungen. Da waren Frauen und Männer gleichzeitig. Und es ging ein Beben durch den Raum, als der Refrain kam. Und noch eine Hymne miteinander. Dann habe ich gedacht, davon werde ich jetzt nächste Woche ein Video drehen. Und ja, das Lied heißt so, wie ich bin. Ich schalte mal kurz um. Oh. Okay. Ich muss mal schauen. War das jetzt okay? Ohne Mikrofon ging das auch? Ja. Ja. Da lasst es aus. Ich habe eh gerade volle Stimme. Dieses Lied handelt davon, dass wir oft... Ach, jetzt einfach mal zu. Mal sitz ich mal da und träume vor mich hin. Mal lauf ich umher ohne Rast, ohne Sinn. Mal denk ich mich klein und fühle mich nicht. Mal bin ich ganz stark und glaub fest an mich und dreh mich im Wandel, dreh mich ins Licht. Und wenn ich so gehe, mein Herz in mir spricht. So, wie ich bin, so will ich sein. Mein Feuer brennt mal groß, mal klein. So bunt gemischt, mal laut, mal leise ist dieses Leben meine Reise. Mal flieg ich hinauf, mal fall ich hinab, mal bin ich mir sicher, wie gut ich es hab. Mal tobt in mir Sturm, die Flut reißt mich mit. Mal legt sich mir Frieden ganz sanft aufs Gemüt. Und ich dreh mich im Wandel, ich dreh mich ins Licht. Und wenn ich so gehe, mein Herz in mir spricht. So wie ich bin, so will ich sein. Mein Feuer brennt mal groß, mal klein. So bunt gemischt, mal laut, mal leise ist dieses Leben meine Reise. So wie ich bin, so bin ich gut. Es braucht nur dieses Stückchen Mut. Mut um den ersten Schlüssel zu geben und nicht mit neuem Aufsehen. Und jetzt kommt der Befreiungsruf für uns alle. Ich dreh mich im Wandel, ich dreh mich ins Licht. Und wenn ich so gehe, mein Herz in mir spricht. So wie ich bin, so will ich sein. Mein Feuer brennt mal groß, mal klein. So bunt gemischt, mal laut, mal leise ist dieses Leben ist dieses Leben meine Reise. So wie ich bin, so bin ich gut. Es braucht dieses Stückchen Mut, Mut um den ersten Schlüssel zu gehen und mich mit neuen Augen sehen. Ja. Danke für deinen Mut. Für unseren Mut. Ja, so schön. So schön. Ja. Nicht für mich. Das ist einfach so live, auch wenn es nicht mit kleinen, kleinen, kurzen Schwankungen, aber das ist das, das Wesentliche, das Wesentliche ist auf jeden Fall rüber gesprüht, gefunkt. Oh, herrlich. Danke. Und deine CD, also zwei gibt es jetzt, die kann man bestellen. Auf deiner Seite? Ist das möglich? Entweder auf Masse stellen oder als MP3 bei Amazon oder iTunes downloaden, was man mag. Da kann man auch überall mal reinhören. Ich will auch. Ja. Ich will auch. Ja, okay. Ja, mein Gefühl war, meine Wahrnehmung, dass es wirklich für alle zum Singen ist. Ja. Ja. Ich war immer, ich war immer vorsichtig, dass ich mich nicht getrennt fühle, so von, Weiblichkeit und Männlichkeit, freue mich, wenn das erkannt wird und wenn die Kunst das auch mit einbezieht und nicht jetzt trennt. und deswegen da kann ich mit dir mich begeistern und mitsingen. Ja, ich danke dir. Schön. Das ist auch das, was ich erreichen will. Ich will ja nicht nur eine Richtung, ich möchte ja beides. Dass da außen ist, eher nur ein Spiegel von dem, was in mir drin ist und ich habe männlich, ich habe weiblich und da geht es nur in Liebe mit den Männern und den Frauen. dafür bin ich und wir leben das immer mehr, da gibt es ja eine Riesenwelle. Wir sind ja, also ich habe es eben so das Gefühl, es tut sich über alles, überall was und wir vernetzen uns, das Puzzle kommt zusammen, jeder trägt seinen Beitrag und wir sind irgendwie alle so arg verbunden. Das macht mich total glücklich. Vielen Dank, Ute von Ganzen. Na, wir können uns dann mit Venu schon einstimmen. Ah, okay. Genau. Dann, 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 fünftig. Vielen, vielen Dank, liebe Ute. Ich freue mich. Ich danke euch. Danke, danke von Herzen. Ich wünsche euch einen herrlichen Tag. Ja, wir werden die Lieder, wie gesagt, im Laufe des Tages mit deiner Lauf, werden wir die immer wieder dann mal einspielen, die du uns geschickt hattest. Genau. Schön. Okay. Super. Dankeschön. Danke, wo bist du? Alles Liebe für euch. Wo bist du in? Bitte? Wo bist du zu Hause in? Ich bin jetzt gerade in Schleswig-Holstein am Nordzipfel in der Nähe von Izzo. Da sitze ich. Wow, schön. Eine liebe Grüße aus Schleswig-Holstein. Dankeschön. Dankeschön. Danke. Danke. Tschüss. Tschüss. Ja, dann stoppen wir kurz, oder? Ja, eben technisch stoppen. Also das kommt gleich wieder. Man muss normalerweise nicht neu laden, aber es gibt immer unterschiedliche Computer. Bis gleich mit der Venu. Und du meinst, Venu kann ich gleich? Na, erstmal stoppen. Ja. Bis gleich. Auf Wiedersehen.